Aktiensparpläne, was gibt es dort eigentlich alles zu beachten und ja, welche Anbieter kommen auch in Frage? Damit beschäftigen wir uns in diesem Video und damit herzlich willkommen zu Christophs Aktienkurs. Erst in finanzielle Bildung investieren und dann in Aktien. Was ist eigentlich ein Aktiensparplan? Am Ende nichts anderes als ein ETF-Sparplan. Wir legen automatisiert in einem bestimmten Intervall in eine bestimmte Aktie oder auch in mehrere Aktien einen bestimmten Geldbetrag an und müssen das nur einmal einrichten. Funktioniert also ähnlich wie ein Dauerauftrag, nur dass eben dann regelmäßig entsprechend Geld in eine bestimmte Aktie angelegt wird über die Bank. Und der große Vorteil, wenn man grundsätzlich in Einzelaktien investiert, ist natürlich, dass man vom sogenannten Cost-Average-Effekt profitieren kann. Ich habe das selber in der Vergangenheit oft genug erlebt. Man denkt immer, dass man irgendwie ein ganz gutes Timing-Gefühl hat, dass man die Aktie schon auf einem relativ niedrigen Niveau kauft. Ja und dann geht das Ding nochmal 50% weiter runter und das kann man natürlich so ein bisschen abdämpfen, indem man eben, sag ich mal, über einen längeren Zeitraum immer einen relativ kleinen Betrag in die Aktie investiert und somit eben dann zu einem gewissen Durchschnittskurs kauft. Das heißt, man wird auch mal Monate erwischen, wo die Aktie relativ hoch steht, aber man wird vielleicht auch Monate erwischen, wo die Aktie mal 15 oder 15% runtergekommen ist. Und somit kann man also das Risiko, dass man einen relativ großen Geldbetrag dann wirklich zu einem sehr hohen Kurs investiert, eigentlich schon ganz schön reduzieren. Von daher eignen sich Aktiensparpläne auf jeden Fall für Leute, die grundsätzlich in Einzelaktien investieren und die vielleicht so ein bisschen Respekt und auch Angst davor haben, eben einen relativ großen Betrag auf einmal zu investieren. Das kann ich also auf jeden Fall nur empfehlen. Wenn ihr, wie gesagt, grundsätzlich keine Zeit und Muße habt, in Einzelaktien, in einzelne Unternehmen zu investieren, dann eignen sich natürlich auch Aktiensparpläne nicht für euch nicht. Dann sollte man natürlich lieber beim Thema ETF-Sparpläne bleiben. Kommen wir jetzt mal zu den Anbietern, die wir in Deutschland so haben. Ich habe euch hier mal einige ausgewählt und zwar die Consas Bank, die Comdirect und die Diba, die sowas also anbieten. Es gibt in Deutschland auch noch einige weitere Anbieter, unter anderem oder im Prinzip, das sind noch die restlichen, das ist der S-Broker und auch Max Blue, das ist die Direktbank von der Deutschen Bank. Die sind aber von den Gebührenstrukturen nochmal ein ganzes Stück teurer als die Banken, die ich euch jetzt hier mal vorgestellt habe. Von daher habe ich die jetzt auch mal außen vor gelassen, weil dort einfach die Sparraten oder die Kosten pro Sparrate nochmal deutlich höher sind. Deshalb tauchen die jetzt hier in dieser Übersicht entsprechend nicht mit auf, aber könnt ihr natürlich auch nochmal gerne selber recherchieren und weiterschauen. Also schauen wir uns jetzt mal im ersten Step an, was oder wie viele Aktien kann ich eigentlich über diese jeweilige Bank dann in Sparpläne investieren. Bei der Consas Bank sind es über 170, bei der Comdirect ungefähr 140 und bei der Diba sind 80 Aktien, also bei Consas Bank und Comdirect schon mal deutlich mehr Aktien als bei der Diba und ich habe euch auch hier mal für die Consas Bank gibt es nämlich ein ganz schönes PDF, das seht ihr hier, da gehe ich jetzt auch mal direkt rein, da könnt ihr jetzt mal sehen, welche Aktien das eigentlich alles sind und da seht ihr schon erstmal hier die DAX 30 Aktien, dann einige Aktien aus dem Nasdaq, Aktien Stocks Global, also ihr seht zum Beispiel hier Alphabet oder Altria, Amazon, also wirklich auch viele bekannte internationale Läden, also wirklich oder hier Berkshire Hathaway, also wirklich eine super Auswahl. Da ist eigentlich alles große dabei, ja McDonalds habt ihr hier zum Beispiel oder auch Microsoft. Guckt euch das Ganze einfach mal in Ruhe an. Wie gesagt, ich habe euch das Ganze hier mal in der Excel-Datei auch verlinkt. Diese Excel-Datei, die findet ihr auch, den Link zu dieser Excel-Datei findet ihr auch unten in der Videobeschreibung und könnt dann euch auch hier nähere Informationen aufrufen. Ihr habt auch einen Link direkt zur Depot-Eröffnung, das ist ein Affiliate-Link, das heißt, wenn ihr über diesen Link das Depot eröffnet, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision. Für euch fällt dabei aber keinen Cent mehr an, für euch ist es genauso kostenlos, als wenn ihr im Prinzip dann direkt auch auf die Website geht. Ihr unterstützt hiermit ein bisschen meine Arbeit und ja, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn der eine oder andere, die eine oder andere vielleicht dann davon auch Gebrauch macht. Aber kommen wir jetzt wieder zurück zu den eigentlichen Inhalten. Also ihr seht schon, Consus Bank mit einer guten Auswahl, auch bei der CommDirect seht ihr hier nochmal, ja, einige US-Aktien, die auch dabei sind. Da sind auch die großen Schiffe dabei. Und von daher schauen wir uns jetzt mal an, ja, was kostet uns der ganze Spaß jetzt eigentlich, also pro Ausführung, kostet uns das Ganze bei der Consus Bank, bei der CommDirect 1,5% der Sparrate und bei der Diba 1,75% der Sparrate. Und jetzt gibt es noch eine ganz wichtige Position zu beachten bei Aktiensparplänen und das ist das Thema Namensaktien. Das war mir nämlich vorher auch gar nicht so klar, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, aber es ist tatsächlich so, dass insbesondere im DAX relativ viele DAX-Konzerne Namensaktien haben. Das heißt, ihr werdet also dort in so ein Aktienregister eingetragen und tatsächlich dann auch mit eurem Namen. Das ist dann zum Beispiel, ja, für die Unternehmen interessant, wenn die euch zu einer Hauptversammlung einladen, dann bekommt ihr von denen auch tatsächlich dann die Post zugesandt und die wissen dann wirklich auch, kennen dann auch wirklich jeden einzelnen Aktionär. Ja, das Ganze ist aber mit einem gewissen Verwaltungsaufwand verbunden und den lassen sich die Banken, insbesondere hier die Consus Bank und die CommDirect auch ganz gut bezahlen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel jeden Monat 50 Euro in die, ich sage jetzt mal Daimler-Aktie investiert, die glaube ich auch eine Namensaktie ist, dann würden neben diesen 1,5% der Sparrate nochmal 1,95 Euro pro Ausführung anfallen. Immer wieder für diese Eintragung der Aktien in das entsprechende Namensregister oder ins Aktienregister. Und das ist natürlich dann schon nochmal ein deutlicher Kostenblock, auf den man achten sollte. Von daher das Thema Namensaktien und Aktiensparplan passt vielleicht nicht unbedingt zusammen, ist aber auch wirklich eher ein deutsches Phänomen. Also diese deutschen Namensaktien bei den ganzen internationalen Papieren habt ihr das Thema eigentlich nicht. Bei der Diba gibt es zu dem Thema Extragebühren bei Namensaktien keine Angabe. Falls noch jemand etwas dazu findet, würde ich mich entsprechend auch nochmal über einen Kommentar hier unter dem Video freuen. Also das sollte man auf jeden Fall beachtend im Hinterkopf haben. Ja, das Thema Ausführungsintervall natürlich auch wichtig. Man kann natürlich bei allen Banken monatlich investieren, aber auch bei allen vierteljährlich und bei der CommDirect und bei der Diba sogar noch zweimonatlich. Das ist natürlich auch nochmal ganz interessant, weil man natürlich, wenn man jetzt auch ich mal vierteljährlich spart, auch nochmal gegenüber der monatlichen Thematik dann vielleicht ein paar Kosten zumindest im Bereich der Namensaktiengebühren spart. Aber ansonsten hat das Ganze eigentlich auf die Kosten keinen Einfluss, weil wir ja immer 1,5% des Anlagebetrags sozusagen sparen. Wenn wir jetzt halt ein Quartal oder ein paar Monate warten, bis wir in einem Quartal wieder genug Geld zusammen haben und davon ein 1,5% an Gebühren zahlen, ist das ja das gleiche, wie wenn wir monatlich 1,5% von einem etwas kleineren Betrag zahlen. Ja, die Mindestsparrate sicherlich auch interessant. Also bei Consus Bank und CommDirect kann man wirklich mit ganz, ganz kleinem Geld anfangen, mit nur 25 Euro. Bei der Diba sind es dann immerhin 50 Euro. Also der nächste Punkt, das Thema Bruchstücke, das ist auf jeden Fall auch noch sehr interessant. Stellt euch vor, ihr wollt zum Beispiel eine Berkshire Hathaway Aktie kaufen, die kostet aktuell so 165 Euro und ihr habt eine Sparrate von 50 Euro festgelegt. Hm, reicht natürlich nicht aus. Da gibt es eben bei allen drei Banken die Möglichkeit, dass dann sozusagen nur Bruchstücke von der Aktie gekauft werden. Das heißt, es wird dann eben drei oder vier Monate dauern, bis ihr dann wirklich eine dieser Aktien wirklich auch komplett gekauft habt. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil wenn es das nicht gibt, ich glaube beim S-Broker gibt es das zum Beispiel nicht, da wird dann einfach der Sparplan nicht ausgeführt werden. Hier werden aber sozusagen dann wirklich Bruchstücke auch erworben. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Das können also alle drei. Das nächste ist auch noch ein ganz cooler Punkt und zwar das Thema Verteilung der Sparrate auf mehrere Wertpapiere oder mehrere Aktien. Das heißt, wenn ihr bei der Comdirect seid, könnt ihr theoretisch 50 Euro Sparrate festlegen und ihr könnt nochmal zehn verschiedene Aktien festlegen und könnt die dann sozusagen gleichmäßig aufteilen. Das heißt, in jede Aktie würden dann irgendwie jeden Monat fünf Euro fließen. Das heißt, ihr könnt auch hier mit einem relativ kleinen Betrag über diesen Sparplan einen ganz coolen Diversifikationseffekt euch sozusagen ermöglichen. Bei der Consas Bank und bei der Diba geht das nicht. Da muss man also wirklich pro Sparrate dann sozusagen oder pro Aktien-Sparplan kann man dann sozusagen nur in eine einzige Aktie investieren. Schauen wir uns jetzt nochmal an, was kostet euch das Ganze eigentlich, wenn ihr die Aktien irgendwann wieder mal verkaufen wollt. Nun, da tut sich jetzt nicht so viel bei den Banken. Ihr seid so mit mindestens, ja, roundabout zehn Euro Verkaufsgebühren dabei und das Ganze ist dann so gedeckelt bei, ja, 59, 69 Euro. Da tut sich aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wie gesagt, ihr findet diese Excel-Datei auch unten in der Videobeschreibung. Könnt da auch direkt zu den Links gelangen. Ich habe euch auch hier nochmal die entsprechenden Preis- und Leistungsverzeichnisse mit beigefügt, damit ihr auch nochmal selber in Ruhe stöbern könnt. Schaut auch in jedem Fall nochmal selber auf die Bedingungen. Auch, ich bin natürlich nicht fehlerfrei. Kann auch sein, dass ich hier irgendwo nochmal einen Fehler gemacht habe. Und so könnt ihr aber vielleicht für euch eine Wahl treffen, welche Anbieter für euch jetzt in Frage kommen. Wenn ihr, wie gesagt, natürlich nur sehr, sehr kleines Geld habt, dann wären es eher Consorsbank, Comdirect. Gut, bei der Diba habt ihr dann halt eine etwas höhere Bindestrate. Die Auswahl bei der Consorsbank und bei der Comdirect ist aber entsprechend auch deutlich größer, sodass man tendenziell auch von dem Kostenaspekt her eigentlich zu diesen beiden Anbietern ja, eigentlich tendieren müsste. Wie gesagt, vergesst auch nicht das Thema Icebroker und Max Blue. Die sind aber nochmal ein ganzes Stück teurer, deshalb auch hier in dieser Tabelle nicht aufgeführt. Ja, und viel mehr Anbieter gibt es eigentlich auch gar nicht in Deutschland, nach meiner Kenntnis. Und ja, von daher, wie gesagt, würde ich mich freuen über ein Feedback zu diesem Video, auch über ein Like, wenn euch das Ganze gefallen hat und weitergeholfen hat. Und ich sage mal bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.